Die 6. Flotte räumt auf. Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel des Makarov-Bild. Lassen wir ihn frei. So, und damit sind wir auch wieder zurück bei MW-2. Ich glaube, der unten lädt gerade noch. Ah, jetzt. So. Retten Sie den Gefangenen, Nummer 627. Okay. Also, es ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal MW-2 aufgenommen habe, gespielt habe. Und ich versuche jetzt mal, in irgendeiner Weise ein Aim zu haben, aber ich kann für nichts garantieren. Garantieren. Ja, bist du, bist du, bist du, hast du dann recht. Oh, einfach draufbayern. Mit einem Magazin, zwei Leute getötet. Ey, das war mein Typ. Ich wollte ihn töten. Bomm. Mann! Ich kriege euch doch. Ich muss echt was an meiner Präzision tun. Ach so, der ist schon tot. Ich will abdrücken. Wow. Ghost ist cool. Ähm, danke. Ähm, okay, so tut es. No matter was, wenn ich mich nicht will, tut es messen. Ah, wenn du kriegst zwissendurchständig. Stuntbilder! Oh! Heilige Scheiße. Ja, du. Du mich auch. Alter. Jetzt wollte ich da Waffen wegschauen. Deswegen, ich hab ja ne Gaming-Maus und da hab ich ja zwei Extra-Knöpfe dran. Und äh, weiß ich im Moment nicht, wo ich nachlande und wo Messern hab. Ich hab's natürlich auch auf den Standard-Knöpfen noch, aber ich tue lieber die Maus nehmen. Geht schneller. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Komm schon. Geh her. Ja, brav. Dö, dö, dö. Mach mich da rüber. So. Ja, hast du sie noch alle. Ist hier was, wo sich lohnt reinzugucken? Nein. So, jetzt lass mich mal da durch. Ach ja, und wo? Soll hier ein Raketenwerfer sein? Ähm, die ballern da wie blöd rein. Kommen wir nicht auf die Ideen der Granate rein. Zu ballern oder zu zießen oder zu werfen oder äh, 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 ähnliches. Bin ich einverstanden mit. Was? Mamba? Ah ne, nicht diese Map Das finde ich gar nicht toll Gib mir Waffe Hey Ich verfolge Ihren Fortführer auf den Überwachungskamera Okay, was war das jetzt für ein Soundfehler? Dann mach jetzt mal auf, ich will da durch So, und jetzt lasst mich mal kurz was laufen Sonst bin ich wieder tot Oh Das finde ich doch mal viel besser Das erinnert mich jetzt voll an Black Ops 1 Wir müssen durch die Waffen Fortpumpen-Visier Sniper weg Yeah, in die Waffen-Cover Cover In die Waffen-Cover Genau Schlechte Nachrichten Ich gehe drei, drei, vier Feindliche, die sich ihrer Position leer Wir sind hier zurückgeschäft Los Also so tue ich jetzt mal campen Hoffentlich kommen da ne Menge Leute Sonst habe ich hier nix zu tun Was? Oh da Ach, fickt ihr euch doch Ja Ja, ich Ja, halt's mal Ich muss grad gucken, wo die sind Da, so Go, go, go Rück durch Man Also bin ich tot Nur weil ich zu voreilig war Na, aber Meine Teamkameraden Können ja auch nicht zielen So, so, so Ja, du mich auch Oh, falsch getrückt Nachtrecht So grell Einfach ballern Hier, du mich auch Du mich auch Ich sag ihnen ziemlich oft Du mich auch Lass mich vorbei Ich renne einfach mal durch Was Zum Teufel Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt Bei Reithausen Ich Ich Da finde ich cool, wenn ich hier nach rechts rüber gehe Sieh Sieht man sogar den Punkt Vom Rotpunkt So Über der Waffe ist so ein roter Punkt Schweben Den man nur dadurch Sehen kann Ist man tot Ich hab Angst Ah, da He he Was zur Hölle Ja, halt Mauer, Mauer, Mauer Du mich auch Oh yes Ähm Natürlich Tue ich jetzt so vorstoßen Da müsste ich echt springen Mache ich jetzt Wechsel ich Boah, die Spezialeinheitsmission von der Mission Die hasse ich so abgrundtief Ja, ja, ja Rein im ersten Stock Und das ist immer das Nervige Komm Raus Komm Raus Du Volldepp Ich hab gleich einen Schluck auf Boah, das finde ich richtig Achtig Oh, oh Dummig auch Waaah Hehehe Was zum Ne, auf 6 Uhr Oh, wow Okay Wird die auch nie sterben Obwohl ich den 3.000 Kugeln In ihren Schädel reinpump Dummig auch Halt Maul Ernsthaft Boah Ich hasse euch Ich Ich wäre dann nicht mehr weggekommen Na, wahrscheinlich so Aber ja Ihr macht das Natürlich nicht Ach, wat Alter, immer wieder Na, hier passiert dasselbe Na, von wegen Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Kuckuck Hast schon recht Ja Verarscht mich doch nicht Ein von euch Töte jetzt So Zack Was zum Teufel, wo kommt der jetzt vorhin mal her? Haben wir nicht dich? Doch. Ah, ne. Ah, hier war der Dreckswichser. Folgen, 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 folgen. Lass mich da durch. Oh. Endlich weg von diesem Scheißzeug. Yeah. Du mich auch, Price. Ja, genau. Einmal Tonnen auf mich drauf. Ja, von wegen. Das muss jetzt sein. Ach, Stuntbild natürlich. Ich bin schon da. Und ihr? Oh, da kommt er. Ich hab'n da rüber im Kopf. Au, 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 au. Sequenz. Kommt jetzt. Okay. Eingehakt. Und. Hehehe, wie das ausschaut. Feuerwerk. Feuerwerk. Also, wir werden mit uns verraten. In. Ja. Und. Und. Ich hab'n da.